Was haben wir das denn schon? Was ist mit der Notbremse? Oh, das gibt es doch nicht. Später machst du den Weg? Oder so? Dafür haben wir keine Zeit. Oh, keine Renaten. Oh, so ein Trittsfass. Das gibt es ja nicht. Hätte das nicht Feuer, dann hätte es wenigstens die Gegner da platt gemacht. Wir stützen ab! Was ist mit der Notbremse? Druckaufbau. Andere Seite der Plattform. Los, los! Und noch mal. Die Plattform wird immer schneller. Dafür haben wir keine Zeit. Was ist aufgelaufen? Ach ja, nee, ist klar. Ist klar. Verstehst du? Hilfe? 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 Ey, diese... Es baut hier richtig Druck auf dieses Scheiß-Piepen. Was ist mit der Notbremse? Oh! Andere Seite der Plattform. Los, los! Verstanden! Werfen die Granate! Dann kommen wir die Maschine an! Unsere Zeit ist fast abgelaufen! Dafür haben wir keine Zeit! Dafür keine Zeit! Okay, das ist anscheinend, wenn ich genau da rüberspringe, dann kommt diese Scheiß-Trades-Fass. Gut. Gemäld. Ich dachte, Scheiße, wir stürzen ab! Was ist mit der Notbremse? Ich höre die ganze Zeit. Wo? Andere Seite der Plattform. Los, los! Jetzt ist das Piepen. Äh, echt? Blat' noch mal schneller! Gut. Dafür haben wir keine Zeit! Was war weiter zu Ende? Kurz развente. Ist mal nicht da, ok? Was geht's? Ich steh mir nicht im Weg rum! Ohohoho Mann, geht mir auf den Senker hier. Jetzt, jetzt aber! Kurzzeitung! Wir werden alle sterben, oder? Wir sterben auf jeden Fall! Haltet euch fest! Hey, die Bremsen greifen wieder! Die funktionieren doch? Nach all dem? Unfassbar! Hey, Leute! Ich glaub, das war's! Oh, Scheiße! Sind alle noch heil? Also, mein Kopf ist noch dran! Soll mir reichen. Dann suchen wir meinen Dad. Okay, dahin verschwinden die Hescher also. Finden wir heraus, warum. Kapitel 3. Die Chor hat hier unten also Osmium abgebaut. Sieht nach einer ziemlich großen Anlage aus. Ja, die Lenzer-Bajonette hatten eine Osmium-Beschichtung. Zumindest bis zum Versiegen der Mine. Äh, natürlich war das... Moment. Akt 3. Kapitel 6. Ursprung. Guck mal! Guck mal! Leute, wir gehen hier durch! Moment. Wenn du da durchgehen würdest, was soll? Deswegen. Nein! Echt, jetzt? Die gehen aber nicht kaputt. Die gehen nicht kaputt. Was werden wir hier noch alles finden? Das Kapitel sagt schon Ursprung. Ursprung der neuen Logos. Der Schwarm. Okay. Was liegt hier? Granaten. Glänzer. Jetzt haben wir nur noch einen Schuss mit dir. Ach, so ein Mist. Naja, verballer ich die gleiche Entwo. Und wenn ich Markus denn nicht renten kann, dann gibt es aber hier was. Ach, das sind eine Menge Waffen. Ach du Scheiße. Die haben hier nicht nur Locust entsorgt, sondern auch ihre Waffen hinterhergeschmissen. Wie abscheulich. Abscheulich, ja. Gehen wir besser weiter. Echt? Das war eigentlich gute Waffe. Hab sie! Oh, jetzt komme ich wieso nicht mehr an den ran. Shit. Na gut. Aber der ist ja eigentlich auch nicht so schlecht. Vorsicht. Sicherheitsglas, sicherheitsschuhe und... Warum die Asher ihre Beute den ganzen Weg hier runterschleppen? Ich schätze, sie kehren zu ihrem Schwarmstock zurück. Also wartet hier unten eine ganze Menge hässlicher Viecher auf uns. Ich hoffe nicht. Seht ihr das? Dort! Muss der Schwarmstock sein. Noch mehr Hescher. Wenn Markus irgendwo sein sollte. Dann dort drin. Ja, sehe ich auch so. Gehen wir rein. Oha. Ist momentan auch das so still? Da möchte ich schon selber gar nichts mehr sagen. Was sind diese Kristalle? Leute, seht euch das an. Ein Locust-Kokon. Noch unbeschädigt. Das kann nur eins bedeuten. Der Schwarm ist kein Locust. Ich habe gehört, Locust-Kokons wären unzerstörbar. Sieh es so. Wenn du einen Diamanten gegen so einen Kokon wirfst, zerspringt der Diamant. Ich weiß, ich weiß. Erinnert ihr euch noch an den Kristall, den ich dem Monster abgenommen habe? Der sah genauso aus. Mir geht etwas Seltsames vor. Also was nun doch eine neue Evolution gestartet mit den Locust-Kokons? Oh, eine Waffe. Oh, Longshot. Nachziehen! Man kann sich die Familie nicht aussuchen. Genau das, warum wollte ich diesen Erfolg noch. Ein schöner Demand-Erfolg. Diese Demand-Erfolge habe ich noch gar nicht erklärt. Die gibt es noch gar nicht eigentlich für die offizielle E-Sports One-Version. Es sind dann neue Erfolge, die dann schön selten Erfolge zeigen. Das heißt, die Erfolge, die 5% oder unter 10% ganz genau weiß ich das nicht, aber so in etwa, nur von denen, die das Spiegel gekauft haben, eben freigeschattet haben. Also Demand ist ja doch ein bisschen wertvoller als eine Trophäe oder einen normalen Erfolg. Ähm, ich will mal an den Knopf da. Hm, schade. Das wäre so gut. Ach, hier ist doch schon wieder so viel Deckung. Das sind noch mehr Rest-Kokons. Oh, die hauen so stark ran, das gibt es doch gar nicht. Ah, schon viel besser. Oh, die haben wir jetzt noch einen Kumpel. Ach, ne. Das ist ja Dale. Da ist er. Jetzt lasst wir den. Ich gehe frisch. Ich glaube, das waren alle. Noch mehr Locust-Kokons. Perfekt. Hier sind wir definitiv goldrichtig. Ach, du Scheiße. Sind das Kokons oder nur diese Kristalle? Da ist ein zerbrochener Kristall. Wir sollten das überprüfen. Ihr wisst schon. Sicherstellen, dass es nicht... Naja, ihr wisst schon. Hm. Da bin ich ja jetzt immer gespannt. Moment. Ist eine Kammer. Hm. Die Rätelinser haben sie auch hier runtergebracht. Was soll kein Geheimnis oder so? Oder Sammelstücke, wie die hier ja heißen. Was soll kein Geheimnis oder so? Oh. Haue mal ab hier. Der kann ja. Oh oh oh. Und diese Larvenfächer wieder. Ich will weg. Nein, 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 nein. Es geht down. Ja, ja, du willst irgendwas zerbrechen. Haben es ja verstanden. Danke. Oh, da brauchen wir doch vielleicht die. Ach, die sind echt nicht doof. Die laufen dann. Leute, achtet doch mal auf meinen Rücken. Lass doch mal die Waffe fallen jetzt. Oh. Was macht er jetzt? Was zur Hölle macht er mit den Drohnen? Die Droh macht er sie nicht freundlicher. Die, du glaubst schon. Oh, scheiße, sind die C. Das Ding macht sie Widerstandsfeder. Läht ihn zuerst ab. Na toll. Oh, scheiße. Hopp. Oh, scheiße. Oh, der ist das. Ah, hier tref der Nischung. Der hat aber auch viel aus, ach Gott, ich schläge da vielleicht gleich. Oder auch nicht. Ist das denn okay? Ach, und jetzt sehen sie nicht mehr so viel aus denn, ja? Oh man, und immer weiter runter. Ah. Nein, der Liebeste. Und er schafft die Pistole. Hey, pass auf, noch einer. Hey? Hat er den durch dem Fenster gesehen, oder was? Hat er ihm doch alle gesagt, pass auf, noch einer. So, alle Eier zerstört hier. Sieht gut aus. Ach, bin er da rum. Oh, klasse Idee! Ehrlich müssen die ja schon jetzt auf dem Herzer auf uns gewohnt sein, aber ne. Das hast du ja super hingekriegt. Danke. Okay. Ja, das sieht gut aus. Wann kommt die denn eigentlich raus, wenn er da eigentlich hier dazu ist? Also sind die Larven doch Locust? Glaube ich nicht. Du hast die Kapseln gesehen. Sie sind teils menschlich. Ja, stimmt. Hm. Was sind denn nun diese, der Schwarm, die Locust? Lass dich Hatzeln in Ruhe! Lass mich doch einfach in Ruhe. Er ist tot! Hier drin müssen wir vorsichtig sein. Müssen wir hier Locust? Nee. Okay. Noch mehr Waffen von denen. Und ne Boom Shot? Das wäre fantastisch. Die heben sie nicht auf. Oder schmeißen sie nicht weg, wa? Die heben sie nämlich auf. Was für der Hammerbust auch richtig gut ist. Ach Leute. Ich darf da nicht alles hier machen. Oh ja. Spitze! Oh, schön. Jetzt schreit der. Guck mal. Der war sogar noch nicht mal ganz fällig. Hm. Wie ist der hier runter gekommen? Ich hätte einen Plünderer aus der Savanne sein. Zumindest hat er ein paar von denen mitgenommen. Scheiße. Mehr als nur ein paar. Da hat er ja richtig viel abgeräumt. Was ist überhaupt denn der? Ja doch. War zuerst so aus. Und mit der Knächer richtig schön abgeräumt. Da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Seien wir offiziell? Ich hoffe ich kann noch weiter. Wie jetzt? Ich kann hier nicht durch. Ah, jetzt will ich aber erst recht dadurch. Der zeigt mir das alles an und dann geht's nicht. Und hier? Ah, scheiße. Brandbomben. Und was? Funkt hier? Oder sind das die Insekten, die hier gegen fliegen? Oh Mann, ich will jetzt ja da durch. Das gibt's ja nicht. Irgendwie ein Scheiter oder sowas. Schade. Schade.